meine lieben willkommen zurück zu neuschwanstein und wir machen weiter so jetzt haben wir hier ist ja vorhang hochgegangen und es geht jetzt um den graal ich weiß gar nicht wo sind von jetzt in welchem raum theatersaal genau stimmt wir waren im theater so gucken wir mal und hier noch irgendwas ist dieses mini spiel mit den steinchen das hatte ich jetzt übersprungen das ist mir es hat irgendwie funktioniert warum auch immer so jetzt ist der vorhang hochgegangen aber irgendwie verschlossen okay verschlossen was können wir da tun schlüssel haben wir was wir müssen erstmal gucken das ging jetzt einfach schau mal sensationell könnte das etwa tatsächlich die gralskammer sein jetzt suchen wir einen heiligen graal okay krass da steht mein gesicht ändert sich ständig und doch bleibt es immer gleich mein gesicht ändert sich ständig so geht das nicht nur hätte sein können so da muss auch noch was drauf und das muss ich anders verwenden findest du mich bin ich schwarz benutzt du mich werde ich rot nach kohle oder da kommt ja noch mehr erst bin ich groß damit ich klein ich leuchte hell und der wind ist mein feind und dann eine kerze okay weiter ich habe ein anfang ich habe kein anfang und kein ende in meinem inneren ist nichts und doch kann ich ungeheuer wertvoll sein ein ring oh mein gott okay ludwig der zweite identifizierte sich mit dem parsival aus wagner's werk und auch wagner sah in dem jungen könig einen unschuldigen gralsucher wenn auch neuschwanstein einen höhepunkt in ludwigs bautätigkeiten darstellt so plante er auf der burgruine falkenstein eine grals burg zu errichten die ihresgleichen suchen sollte dort sollte der graal wenn er denn je gefunden würde seine letzte ruhe finden könig ludwig der zweite war es der wagner antrieb den parsival zu schreiben und zu komponieren okay das grün stück warte mal schon als 16 jähriger berauschte sich ludwig der zweite am tannhäuser und nannte wagner fortan seinen gott und erlöser das muss ich hier tun in dem altar sind aussparungen wasser so habe ich da überhaupt alle da finden uns ja zwei die müssen wir erstmal finden da ist ja graal drinnen oder noch mehr war hier jetzt nicht hier im theater ist noch was irgendwas muss hier noch sein aber wo 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 da oben wenn sich der voran hebt wird der geister strahlen ach so der geist ja schon aber ne 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 hätte ja sein können flasche rotwein irgendwie finde ich jetzt hier nichts mehr aber hier muss was sein ach meine lieben das ist gar nicht so einfach also hier ist die tür wir nehmen mal Hilfe Hilfe dengsen bumsen echt jetzt echt jetzt den soll man hier finden Eisenschlüssel wo soll denn der hinpassen das muss ich anders verwenden naja unmöglich das ist jetzt unmöglich und das muss ich anders verwenden also wir brauchen die teilchen hier ne wir brauchen noch zwei aber wo finden wir denn die ein Schlüssel okay wir haben Schlüssel das heißt wir können auch irgendwas aufschließen aber ich sehe hier nichts was zum aufschließen ist irgendwie kämpfe ich mich gerade durchs Spiel durch mit Option Hilfe und Überspringen ich kriege gerade nichts gebacken ne was soll hier sein bitte was wir aufschließen können habe ich noch irgendwas im Inventar zum aufschließen nö ein röstiger Eisenschlüssel hm merkwürdig ah echt jetzt warum kommt hier eigentlich kein Fragezeichen mehr woher soll ich wissen dass da was ist ah Leute ernsthaft okay gut ähm dann gießen wir hier Rotwein rein nein auch nicht da hätte ja sein können okay jetzt haben wir schon das nächste Symbol das Eisensymbol aber ich weiß gar nicht wo welches hingehört ah das geht auch um okay und eins fehlt noch Leute eins fehlt noch tut also hier scheint auch nichts mehr zu sein hier ist nichts zum schließen und hier ich weiß ja nicht was hier zum schließen ist hm Ups. Nein, nein. Wir bleiben noch da. Ihr wisst es bestimmt schon wieder, ne? Ich weiß es nicht. Wenn der Vorhang sich hebt. Hm. Ah, okay. Wir sind hier durch. Also doch hier. Nee, 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 nee. Sorry. Ähm. Da was? Da leuchtet so. Nee, auch nicht. Hm. Wo soll denn hier ein Schlüssel passen? Eine Statue? Versteckt? Auch nicht. Hm. Eins brauchen wir noch. Das muss hier im Raum sein, aber ich finde nicht ein Anhang. Also, vorher war immer die Lupe immer mehr so da und jetzt ist sie weg. Jetzt muss ich mich so durchklickern und ich habe keinen Plan, ne? Leute, wir drücken hier drauf. Ja, das bringt mir doch gar nichts. So geht das nicht. Nee, 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 nee. So geht das nicht. Unmöglich. Auch nicht. Ach so, Moment. Ja, ich habe doch gar nichts mehr. Hm. Schön, dass mir das so angezeigt wird, dass es jetzt da weiter geht, aber da passiert auch gar nichts. Ich kann ja auch nichts, nichts klickern hier. Hm. Oder drehen geht auch nicht. Ja, das ist mir klar. Aber ich habe doch das Ding gar nicht. Ich kann das hier aber auch nicht wegnehmen oder so. Oh, ich hänge schon wieder in einer extremen Sackgasse. Ah, wenn ihr die Lösung wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich brauche eure Hilfe. Das meine ich jetzt ernst. Ihr müsst mir das wirklich in die Kommentare schreiben. Also, ich habe jetzt keinen Plan, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hier ist alles fertig. Ich meine, an sich ist es selbsterklärend. Von den Orten her. Durch die Karte. Aber was? Ich habe doch gar nicht so ein Symbol noch. Ich habe nur einen Schlüssel. Und der Schlüssel... Achso, der wird später gebraucht. Dann fehlt doch ein so ein Dingsenbumsen. Dingsenbumsen, ja. Ja, das ist mir bekannt, dass da Aussparungen sind, meine Liebe. Aber... Das muss ich anders verwenden. Das muss ich anders verwenden. Das Foto? Unmöglich. Unmöglich. Nee. Also, da funktioniert gar nichts. Nein, ich bin an meinem Latein angekommen. An meinem Ende. Nein, auf jeden Fall nicht. Ähm... Es wird immer schwieriger, ne? Also, ja... Also, ja... Hm. Das Problem ist jetzt... Das Problem ist jetzt, dass hier nichts mehr funktioniert. Nur das da ist jetzt interessant. Und... Und da hinten geht es auch nicht lang. Hm. 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 Ah, wartet mal. Nachtsicht geht nicht. Gucken wir mal, ob wir mit der UV noch was finden. Das ist ja auch manchmal... ganz praktisch. Und hier. Muss da noch irgendwas geben, wo wir so ein Teilchen herkriegen? Oh, das ist ja auch. Noch nicht. Hm. Hm. Findet das zweite Teil des Fotos. Zweiter Teil vom Foto. Hm, Leute, ich häng' fest. Noch nicht. Kamera. Hm. Hm. Lieber Herr Fischer, wir arbeiten uns weiter vor und werden Ihnen bald berichten. Hm. Aber dieser Fanzetti oder so, oder der Bauleiter, wie der hieß, der ist ja hier noch nicht gewesen. Aber wenn's nach der Story geht, kommt der bestimmt irgendwann von hinten an. Bestimmt. So, was macht man jetzt hier? Hm, Kartenstück. Wir haben ja auch nichts zum Kombinieren eigentlich. Herr Dollmann, wir sind mit dem Baufortschritt sehr unzufrieden. Hm, ja, ja, ich weiß. Hm. Hm, Leute, was machen wir jetzt? Komm nicht vorwärts. Gut. Ähm. Ich würd' sagen, ihr seid diesmal dran. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie die Lösung ist. Oder wo ich hier das Teilchen finde. Das wäre mal ne andere Sache von Aufgabe, cool. Machen wir das so. Ähm. Weil ich häng jetzt fest. Also, ich werde auch nicht gucken. Ähm. Werde jetzt nicht nachschauen, irgendwo anders, wie es weitergeht und warte auf euren Kommentar. Ihr könnt ruhig mitspielen. Ähm. Ich find auch die Symbole interessant. Die haben ja Winter, ein Hammer, eine Kerze, ein Schwert. Das ist ein Handwerkerzeichen oder so, glaub ich. Wasser. Wasser. Handwerker. Hm. Also, man kann wirklich nichts, ich kann nix machen hier. Wow. Es ist wie verhext. Also, von den Optionen her muss es hier weitergehen. Und. Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Wartet mal ganz kurz. Ich hab ne Idee. Hier war da noch ne Tür. Verschlossen. Wir haben's, wir haben's. Also, kann man sich doch nicht auf die Aufrufezeichen immer verlassen. So. Hammer, Hufeisen, Hammer, was haben wir noch, Jagdgewehr, Reiterstiefel mit Sporen. Ach, da fehlen die Sporen, ne? Hm. Ein Hundehalsband. Ein Wagenrad. Eine Sichel. Ein Pokal. Ein Gardehut. So, Eisenbahnmodell. Hihi. Hammer. Ein Hammer. Wo ist der Hammer? Ah, das finde ich nur den Hammer nicht. Hm, 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 hm. Hm. Echt jetzt? Bin grad total blind, ne? Oh, das ist ja nicht Neues bei mir. Ja, das passiert öfter mal. Das gibt's doch nicht. Okay, ihr müsst mir nicht mehr in die Kommentare schreiben. Es geht weiter. Und das Feuersymbol. Ordne alle Symbole so an, dass sie zu den eingesetzten Symbolen passen. Äh. Ah. Ah. Aha, das ist ja Twiggy. Okay, wartet mal. So, also. Feuer muss da runter. Schwert muss rauf. Wasser kommt hier hin. Was ist das? Ist auch Feuer, ne? Ja, ist ein Lagerfeuer. Nein. Oh, das ist gemein. Hm. Aber ihr seht ja, ich hätte es ja geschafft. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ah. Das Foto. Hm? Oh nein, was hat er dir? Oh nein, was hat er dir? Und was sollte das zugehört. Und was sollte das sein? Und was sollte das sein? Und was sollte das sein? Stellt euch nicht dümmer als ihr seid. Und was hat er nicht mehr benötigt. Und was hat er nicht mehr benötigt. Mille grazie. Aber ich habe meine Befehle. Und was hat er nicht mehr benötigt. Und was hat er nicht mehr benötigt. Und was hat er nicht mehr benötigt. Und was hat er nicht mehr benötigt? Sie haben hier unten einen wahrhaft fantastischen Ort entdeckt. Und was hat er nicht mehr benötigt. Ich weiß nicht, was das für ihre Recherchen bedeutet. Aber ich möchte sie auffordern, sich umgehend mit der Polizeidirektion Füssen in Verbindung zu setzen. Alles Gute. Fischer. Okay. Dann hat sie was anscheinend mit den Fälschungen zu tun, wenn da die Fingerabdrücke drauf sind. Aber wir können es ja auch irren. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin. Es bleibt noch spannend bei Neuschwanstein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Bye, bye.